hallo leute von fordner heute gewollt werden hier ein wenig essen schlacht gut als ich bin nämlich groß hier oder ich würde eher den englischen amt eigentlich gut freut die 2 und ja die wahrscheinlich definitiv nicht lächerlich aussehen mit dem stil hier und dann heute mit dem markt oder heute der bürger kopf drauf nach die kritik nicht nicht so dumm aussehen aber das kann jetzt werden ich habe nicht so angeschossen beschissen hier wie letzte mal gern wenn jetzt vorhin hat weiß vielleicht was passiert ist jetzt wurde mich an gestorben als vierter zitter weil ich meine ich bin oben gestorben gesprungen aber direkt losgelassen und ich dadurch gestorben zweimal schon durchgestorben aber ich bin gut schluss gewinnt aber er schießt einfach automatisch los ein Schatz für die Toste angehalten gesprungen aber der Kurschloss los und sterben dann bin ich auf dem Sturm ein verletzt wurde noch weil es übelst lächerliche ich hätte gut gewinnen aber durch die guten alten Box muss man sich wieder verlieren ich habe mich noch einen Weg ich nehme das gerade direkt nach dieser Folge halt auch weil ich habe heute vier von einem Video aufzunehmen wenn ich nicht gerechnet habe und dann habe ich auch noch vier andere Videos nämlich ich glaube zweimal Reim Royale einmal CSGO und einmal Reaction Time wenn ich geschickt das heißt ich habe insgesamt heute acht Videos aufzunehmen und davon habe ich schon wenig eins aufgenommen hofft dann ist wirklich schlecht nur ein bisschen das hier aber übrigens ja die back er kommt eigentlich ursprünglich von Luca der Falle die das zu machen Prozent 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 sicherlich aber das ist ein steiglicher Prozent 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 so was haben wir gescheitert er hat auch geplant der Ehrenmann Prozent von Korn Prozent Minis ich habe die Kopfschmerzen das nervt ein junger so jetzt brauchen wir schon mal eine eher und dann ist alles einfach 100 bis heute fast ey moin ich werde hier eine AR auf dem Kanal und wenn ich dann keine gefunden habe werde ich mich ganz schnell die Mauer hochgrappeln die Komponition ich habe grüner K oh come on Scheiße hab ich hier ne bessere K nein, aber ich habe diese Karte zum Glück und ich weiß es ist ziemlich leckiges wenn ich diese Modus hier spiele wo ich die letzte Aufnahme geschaut habe gemerkt ich weiß nicht warum weil bei mir ist eigentlich alles gut wenn ich das Spiel habe eine Aufnahme ist einfach viel mehr legen weil ich meine Kopfschmerzen und gerade jetzt wohl ich auch mir deine Kopfschmerzen ne das ist schon das sagt mir hier oben ist ne verdammte äh micro nicht gar ... das war anstehen die Stürmer wie auch immer so wie ist hier aaaah ich hab mich zu... ne he he boah den nehm ich einfach für den Anfang den Pi mit zu da ist einfach noch ein Bogen ich bin erscheint er nicht schädigen lieb seine Wettbewerb offenbar dass wir starten ich habe mich nicht gesaved hat und ich bin wie das spiel gesagt hat aus 835 35 m 835 m 835 m ja ich steh definitiv am ende jetzt probiere ich natürlich den alltäglichen ist dann für immer als ob ich jetzt auf dem gegner was für ein unglück muss man eigentlich haben ich hab auch zu wenig zeit um zu reagieren ein wieso da geht auch so langsam auf die seite ich glaube ich werde ich so probieren und wieder hoch und da kommt Geh die Mauer Warte Ja wieso hat der Entschluss geschossen Jetzt auf einmal Schade Tschüss Lack alles Au Wie Es lag definitiv nicht Oh das war der Entschluss Oh es lag aber auch so wenig bei mir hab ich gemerkt Ja jetzt Natürlich Schau mal Schau mal Schau mal Schau mal So So Geben einmal Auf die Gegner zu Das einer bei uns Schalte Weg Stückchen Und er weg mit dir Schau mal Schau mal Das ist ein Schausch Und er hat sich Römer letzte Woche war das doch richtig gut. Keine Lecks, gar nicht. Irgendwas für die Züge. Geht einfach nicht. Okay, Klaus, Mann. Kill. Junge, es leckt ja gar nicht, ne? Warum leckt das denn so? Letzte Woche war doch auch gut. Klaus, Mann. Bahtlet. Gahhhhhh. Ok der rechts habe ich gekippt, dann werdet mich der Linkster geben, alles klar. Läuft. Wir haben ihn vorhin auch noch ein paar Jahre jetzt. Ich geh mich kurz um den Roboter kümmern, der bei uns ist. Leck halt gar nicht. Hab dich. Mann warum lecktest du nicht so jetzt? Ja, wie gut das ist, wenn ich nicht mehr erwarten mich noch verstopfen. Ich verklebe mich nicht an, wie richtig gut die Nerven sind. Scheiße. Ich schieße einfach nicht los. Danke. Ah der ist so lächelig. Der Tisch hat da auch wieder volle Rücken. Was denn sonst? Ich fisch das. Ich bin nicht zu verletzen, dass ich die Nerven bin. Ich bin ein Mann mit mir. Und ich bekomme ich ab! Und sieh! Der hier ist ein Stück tueger. Ich hoffe, dass ich kenne. Das war's für den Geek-Nabholen, das war's für mich. das ist das gleiche wie vorhin genau wie eine aufnahme ich halte den verdammten die verdammte maus an aber dann lässt er auf automatisch los obwohl ich eigentlich nicht los ist das nervt und das stehe ich natürlich ja super jetzt schon wieder sparen die komische schaden aber los was ist das für eine scheiße wo ich jetzt anspannen dann halt richtig gut reinschießen die schaden die schaden die schaden die schaden Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ok, dann scheint er alles zu sein Was sonst? Ja, aktivier den! Alter, der Grab ist so scheiße Ok, ich werde nicht mehr verbanden Hallo, spring doch richtig rein Oh, meine Güte, nur macht das alles zu Ich halte hier rein, meine Güte Und hier ist es zu Und hier ist es zu Das ist was schwach auf die Wehe Ich hatte schon einen dort Ich habe schon einen in die Wehe Ich habe schon mal Ich hab die Bedeutung. das ist ja Na gut, dass hier keiner mich hier jetzt seht, ne? Obwohl, das ist eigentlich so oft. Okay, keine Ahnung. Okay, wir haben nie gereicht. 12.000. 10.000. Okay, komm, 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 komm. Unsinn. Na, schade. Ausstatt, wieso jetzt sterben, weil auch mich in die Lava halt zu gehen, um halt Schaden zu kassieren und halt zu sterben, weil ich bin mir jetzt so oft aufgeregt und dann die Gegner abfangen und jetzt die in allen Momente, die ich jetzt keine Mission mehr haben. 1, 2, 1. Schade. 3, 1, 2, 1, 2, 1. 왜 tet nach vorne rausgerutsche. Opsiiiiiii... Kopfkaien ausgerutscht... Auch mal was gewutscht. Und Fellow bottles zur Lösung. Wer hat sonst raue, das macht näher. ab und nicht das scheint gut zu spielen das habe ich gemerkt ich schau mal kurz okay es ist einer bei uns in dem jetzt da wäre unser ding Weg Weg Es sind noch 3 Leute Wie konnte ich den da hinschicken? Ich wiederhole es, wie konnte ich den da hinschicken? Hallo! Habe einen Geht Und wir haben es Okay, das war nice Wie lange ist die Aufnahme inzwischen? Die ist bei 17 Minuten Ok So So Ich würde jetzt Normalerweise noch eine zweite Essen-Schlachtrunde machen Aber ich weiß nicht Es wird so eine Aber ich habe noch 6 weitere Deswegen tut mir leid Ich würde das in etwas kürzere Folge machen Aber ja Ich hoffe, dass ich gefallen Auch verdammt Das war das Ich hoffe es Ich hoffe es zu schon Wir sehen uns beim nächsten Video TschQué ё ». Es